So, das war sehr beruhigt, dass das wieder mal ein Happy End ergab. Haben Sie gesehen, Sascha Hehn, das war dieser kleine Junge, das war ein niedlicher Junge. Ich meine nicht, dass er das heute nicht mehr ist, aber er ist halt gewachsen. Und morgen dann bei uns im Programm nach dem heutigen Heimatfilm ein Krimi und in der Hauptrolle Alain Delon. Silhouette schmeckt und schmeckt, macht jetzt aus. Silhouette, ein fruchtiger, unbeschwerter Genuss von Schwert. Auf ins kühle Nass, junge Bikinis mit Lycra, in schicken Steifeneshaus, nur 25 Mark. Waren Sie diese Woche schon COA? Waren Sie die Woche schon COA? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020